Für heute bräuchten wir noch sechs Freiwillige als Ordner. Liebe Freunde der Freiheit, wir sind in Chemnitz angekommen. Hier mit der Freiheit im Hintergrund unterstützen wir heute den Montagsspaziergang hier in Chemnitz, der in wenigen Minuten beginnt. Ich hoffe, es wird genauso toll wie beim letzten Mal mit mehreren tausend Teilnehmern. Es stehen auf jeden Fall schon mehrere hundert hier auf dem Schillerplatz und gleich geht es los. Ich zeige euch nochmal die Menge, die sich hier schon versammelt hat. Die Stimmung ist gut und ihr habt es gehört, Musik haben wir auch schon. Also alle Voraussetzungen für einen tollen Spaziergang, Montagsspaziergang sind erfüllt.